Hey Johannes hier von NewGadgets.de und hier habe ich das neue Alienware X16 und das ist wohl eines der edelsten Gaming Notebooks auf dem Markt. Und was auch ganz cool ist, wir haben hier ein beleuchtetes Touchpad. Ich hatte die exklusive Möglichkeit, mir das Notebook schon mal vorab anzuschauen. Hier also meine ersten Eindrücke. Viel Spaß mit dem Video. Alienware ist ja bereits seit Jahren für ein eigenständiges Design bekannt und da macht auch das neue Alienware X16 keine Ausnahme. Hier kommt die neue Legend 3 Design Sprache zum Einsatz und die Kombination aus dem hochwertigen Aluminium Gehäuse und viel RGB, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben hier ein sehr hochwertiges Touch und Feel, muss ich sagen. Und wir können hier mit AlienFX Lichtzonen ganz nach Wunsch einstellen und wie schon gesagt, die Besonderheit ist hier auch ein RGB beleuchtetes Touchpad. Beginnen wir aber erstmal mit dem Display. Hier kommt ein 16 Zoll 16 zu 10 Panel zum Einsatz und es gibt hier verschiedene Panel Optionen. Einmal Full HD Plus mit 480 Hertz Bildwiederholrate und 3 Millisekunden Reaktionszeit, dann QHD Plus mit 165 Hertz und 3 Millisekunden und QHD Plus mit 240 Hertz und 3 Millisekunden. Die Webcam, die bietet Full HD, ein Dual Array Mikrofon und unterstützt Windows Hello. Auch bei Prozessor und Grafikkarte gibt es hier viel Auswahl. Man kann hier hochgehen bis zum Intel Core 1.9-13900HK und bei der GPU hoch bis zu NVIDIA GeForce 4090 mit 16 GB GDDR6 VRAM. Bis zu 32 GB DDR5 RAM und 4 TB SSD im RAID sind hier auch noch möglich. Von der Konnektivität her steht hier Intel Killer Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 bereit. Werfen wir auch einen Blick auf die Anschlüsse. Diese befinden sich allesamt auf der Rückseite, da das Notebook doch recht dünn ist für Anschlüsse hier an der Seite. Hier haben wir einen Audio-Port, einen MicroSD-Kartenleser, USB-C Thunderbolt 4 mit Displayport 1.4, USB-C 3.2 Gen 2 mit Displayport 1.4, HDMI 2.0, USB-A 3.2 Gen 1 und ein Mini-Displayport 1.4. Also eigentlich alle Anschlüsse, die wir unterwegs und auch stationär zum Zocken benötigen. Wie bereits angesprochen, hat Alienware hier nicht nur eine RGB-Tastatur, sondern auch ein RGB-Touchpad, was schon irgendwie cool ist. Macht natürlich nicht so viel Sinn, aber man will es irgendwie haben. Denn, wie wir wissen, bringt RGB immer einige FPS mehr beim Zocken. Alienware nennt es the world's most premium gaming laptop und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Die verwendeten Materialien sind auf jeden Fall gut gewählt worden, um hier das Premium-Feeling zu erreichen. Preise und Verfügbarkeit für Deutschland werde ich, sobald sie mir zur Verfügung stehen, auf newgadgets.de im Artikel nachreichen. Der wird unten auch nochmal verlinkt. Also demnächst einfach mal vorbeischauen. Und das war mein exklusives Hands-On-Video hier vom Alienware X16, dem neuesten Gaming-Notebook von Alienware mit dem RGB-Touchpad. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in den Kommentaren hinterlassen, wie sinnvoll ihr ein RGB-Touchpad findet. Also vom Look finde ich das schon sehr cool. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal!